Hallo, herrlichen liebe Leute, herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf EricGhost.USA, Demo-Pair-Kanal, wo es ab und zu auch mal Basketball-Videos gibt. Heute mit dem zweiten Teil der Road to Dunk am Start. Ja, wie ihr vielleicht gestern mitbekommen habt, wenn ihr das Video gesehen habt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es gestern kam, aber auf jeden Fall im letzten Video, im ersten Teil. Mein Arsch hat ja mal wieder richtig weh getan, ne? Also meine rechte Arschbacke tut immer richtig krass weh. Also nicht immer, aber gestern halt auf jeden Fall nach dem Dunken und so. Ich glaube, ich, also ich reiß mir da jetzt natürlich nichts, aber ich zerre mir da irgendwie immer irgendwas in der rechten Arschbacke, weil ich springe halt mit dem linken Fuß ab. Mein rechtes Bein geht nach oben und es stretcht sich halt mega krass und dadurch wird es, glaube ich, irgendwie immer gezerrt oder so. Tut heute auf jeden Fall immer noch richtig gut weh, aber ich habe heute auf jeden Fall Beine und untere Rücken am Start. Deswegen muss ich mal gucken, wie das so wird. Deadlifts und sowas alles mit diesem Arsch, mal gucken. Ich werde heute auf jeden Fall erstmal noch zum Friseur gehen und ein bisschen gesundes Essen einkaufen und so weiter und dann sehen wir uns später wieder im Gym, würde ich sagen. So, jetzt also erstmal ab zum... Jetzt erstmal ab zum Friseur. Dann werde ich mir Chicken holen. Tief gefroren ist natürlich. Tief gefroren ist natürlich und dann fahre ich noch zu Target, damit ich mir da dann Brokkoli und so weiter holen kann. So Leute, Reis, Brokkoli, Protein Shakes, Bananen und Bohnen und natürlich zu guter Letzt schönes Hühnerbrüffchen. So Leute, jetzt geht es auf jeden Fall endlich ab ins Gym. Heute steht auf dem Plan Beine und untere Rücken. Das heißt, da werden ein paar richtig heavy Übungen dabei sein. Deadlifts, Squats und sowas alles. Deswegen viel Energy wird da benötigt. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal los. Das heißt, da werden 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 wir erstmal los. Wir haben wirklich gute Gewichte gehoben und so weiter. Also war auf jeden Fall top. Und so kann das weitergehen. Deswegen stolz bin ich auf jeden Fall aufs Workout heute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Da abonnieren, wenn ihr nur seit nichts mehr verpassen wollt. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric. Bis zum nächsten Video.